da unten liegt er, gut, gut. Einzelteile, das ist leicht mit Ambrosia, oh, Feuer, Salz und Süßdau, speichern bitte. Gefängnisschlüssel, Gesellenbuch, Rhetorik. Rhetorik, hallo? Gesellenbuch, Rhetorik. Egal. Rhetorik erhöht. Wein, auch richtig. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Gesellenbuch des Schleichs. Hä? Hä? Er sagt, er soll einfach das Gold raus holen. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Ich bin immer noch so. Guck! 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 Oh shit! Lebensenergie. Lernpunkte. Ich brauche mehr Mana. Was ist denn mit dem Vagabund passiert? Ein zerbrochener Seelenstein. Mit einem mächtigen Toten für euch kämpfen. Sionik kostet weniger. Entropietrobe. Boah. Salze, Stahl, Axt. Das sind verdammt coole Sachen. Ein Goldfass. 45 Gold. Stiefel des Tribunals. Aha. Puh. Den Schweinen habt ihr aber gezeigt, wo es lang geht. Gute Arbeit. Wer schickt euch? Ich kann mir kaum vorstellen, dass euer Aufkreuzen hier Zufall ist. Hm. Ach. Einiges. Dalterrovin schickt euch, sagt ihr. Dann wisst ihr vermutlich auch, warum ich hier bin. Also die Kurzfassung. Ich habe es geschafft. Ich habe die Steuereinheit für die Maschine finden können. Aber gerade als ich mich auf den Rückweg machen musste, kamen diese Wegelagerer. Sie müssen gewusst haben, dass ich für Dalterrovin arbeite und dass der eine Menge Groschen hat. Sonst hätten sie mir wahrscheinlich einfach die Kehle aufgeschlitzt. Ein Jammer, dass sie euch nicht mit eingeplant haben. Ist ja nochmal gut gegangen. Ne, das haben sie mir natürlich abgenommen. Ich schätze mal, dass sie es in ihren Unterschlupf die Festung Quellwacht gebracht haben. Ist nicht weit von hier. Was sagt ihr? Werdet ihr mit einer ganzen Meute von denen fertig? Ich würde euch helfen, aber diese Mistkerle haben mir eine ziemlich üble Wunde verpasst. Ich brauche einen Apothekarius. So schnell wie möglich. Gut. Dann sehen wir uns da. Danke nochmal. Ihr habt mir echt aus der Patsche geholfen. Okay. Zeig diesen Kerlen, wo der Hammer hängt. Wir sehen uns dann bei Dalterrovin in Ark. Zeig diesen Kerlen, wo der Hammer hängt. Wir sehen uns dann bei Dalterro... In Ark. Okay. Aua. Der tat weh. Warte mal, ich habe doch hier so einen Malus gehabt, oder? Geschicklichkeit. Taxtra. Sonst ist alles in Ordnung. Was ist denn im Sack drin? Eine Karotte. Ja. Ja. Super. Gut. Zurück zur Meradenhalle. Gut, gut. Schade. Ich hätte den Kohl nehmen können. Ne. Äh. Ne. So. Golden. Frost. Dann ab zur... Zum Ruckelevent schlechthin. Boah. Ekelhaft ist das. Einfach nur ekelhaft. Ekelhaft. Ein paar Groschen nehme ich gerne mit. 96 habe ich erst. Ah, ich weiß ja, wo ich alles wieder los wäre... werde. Hoffe ich einfach mal. Guck mal, da sind grüne Pilze. Ach so, da sind keine grünen Pilze. Ups. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich mich mit denen anlegen möchte. Ich versuch's mal, indem ich mich ganz einfach dran vorbeilatsche. Beilatsche. Ich frage jetzt mal drin. Ich frage jetzt mal die Schleuchzeuge. Ich frage jetzt mal die Schleuchzeuge. Hm. Okay. Ja, wuckel, du mein Schatz. Wuckel, wuckel, wuckel. Hey. Wow. Stop. Hallo? Ich möchte, wenn dann, verkämpfen, ne? Was? Der hat mich mit einem Strich, hat er mich weg gemacht? Okay, das ist sportlich. Pass auf. Hm. 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 Das war doch eben noch da. Woho! 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 Aua! Nicht geil. Gar nicht geil. Nein, 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 ihr kriegt mich nicht. Oh shit. Ähm, ich brauche dringend Magie. Eeeeee. So. Oh. Oh. Hey. Hey, booze, booze, booze. Nein! Das Zeug ist um einiges schwieriger. Ähm, Fokus. Komm. Moment. Guck. Ist zwar. Guck. Guck. Das geht's doch nicht. Guck. Dann kommt einfach... Guck. 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 Na, na, na. Na, na, na. Ach, Mist! Codierung ist überlastet. Was? Das ist kein gutes Zeichen, wenn die Codierung überlastet ist. Ähm. Hm. Codierung ist überlastet. Ähm, warte mal, ich starte einfach die Aufnahme nochmal neu. Das ist, ähm.